Ich denke, Selbstmanagementförderung ohne den Einbezug von Betroffenen, das macht nicht viel Sinn. Es stellt sich ein Landwirt vor, der eine depressive, unglückliche Kuh im Stall hat und er denkt, weil er das Skifahren selber so gut getan hat, muss er der Kuh Skifahren beibringen. Aber die Kuh wäre natürlich völlig überfordert mit Skifahren. Das wäre nicht das, was sie braucht. Wenn er sie gefragt hätte, hätte sie ihm vielleicht gesagt, dass sie eigentlich nur das frische Glas und die frische Luft auf den Weiden will und nicht immer im Stall sein will. Also man sieht, es ist enorm wichtig, dass man die Perspektiven der Betroffenen mit abholt und wenn ein grosses Massen Partizipation in diesem Prozess stattfindet, dann kann Selbstmanagementförderung und Recovery gelingen. Der Betroffene Angehörigenrat kann eben genau die Perspektiven der Betroffenen, das Erleben der Betroffenen und auch die Nöte der Betroffenen mit einbringen in das Forum. Das ist wie, wenn sie vorher zu Hause ihre Musik immer in Mono-Qualität gehört haben und jetzt mit den betroffenen Angehörigen kommt jetzt einfach der Dolby-Surround-Sound. Eben wie das Fleisch am Knochen, das ist das, was jetzt dazu kommt, genau. Sucht ist eine sehr komplizierte und hinterlistige Krankheit und ganz oft meint man, man hätte jetzt wieder genug Abstand zu dem Ganzen und genau dann wird es gefährlich. Und Süchtige neigen dazu, immer so wenig Hilfe wie möglich in Anspruch zu nehmen und ich glaube, die Krankheit ist so komplex und gefährlich, dass es wichtig ist, nehmt so viel Hilfe ihr könnt an, sucht so viel Hilfe, geht in Selbsthilfegruppen und redet darüber, auch mit euren Angehörigen. Das ist ganz, ganz wichtig, viel reden und möglichst viel Hilfe in Anspruch nehmen.